Das Meer wird heute rot sein. Also wer hat ihre Gunst? Parados! 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 Oh, Parados! 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 Ein Schnitt über den Rücken. Parados macht den ersten Punkt. Das war Stummsa. Grasso Stummsa. Pugate! Parados! Ein Öffnungskritt gegen den großen Schild. Kann sehr gut funktionieren, aber nicht gegen Lukus. Parados! 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 Parados versucht es mit einer Drehtechnik. Gestern hat er damit einen Punkt gesetzt. Heute nicht. Lukus hat aufgepasst und sich sein Gegner vorher angeschaut. Sie sehen übrigens auch. Ah! Parados! Er dreht über den Rücken. Uh! Sie sehen, es wird viel mit dem Schild gearbeitet. Der Schild schützt natürlich, aber er ist auch eine Waffe. Du Killer! Junge! Parados! 3 zu 0 für Parados. Los, Lukus, gib doch mal alles. Parados! 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 Jawohl, Junge! Weiter so! Die große Krämpfe beschützt Lukus hier vor dem schweren Treffer zum Kopf. Und! Oh! Sportsmann, Parados! Sportsmann! Ab dem großen Müssen, dass Lukus dein Schwerd wieder aufnehmen. Parados! 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 Die Kampfrichter sind sich nicht sicher? Ganz klar Parados, Junge! Nur ein Kratzer, Lupus ist hart. Ja, gut so. Er kann doch. Mehr sehen! Parados! Parados! Schläge zum Gesicht, das hat nichts, das Ziel den Gegner auszunocken. Dafür sind die Hemme viel zu massiv. Aber man schließt kurz die Augen. Und dann kann man den Treffer setzen. So wie in diesem Fall. Parados! 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 Parados!